Nein, man! Er springt so wie ein Trottel! Nein! Aaaaaah! Aloha zusammen! Willkommen zum Saturday Night Gaming! Ein neues Format auf meinem Kanal! Jeden Samstagabend könnt ihr euch aussuchen, was für Spiele gespielt werden sollen. Ich suche mir die dann aus. Aus euren Aussuchungen. Bäh? Und äh... Das war jetzt kein Deutsch, das ist aber auch scheißegal. Ich suche mir dann Spiele davon aus und werde die dann spielen. Heute werden wir Super Meat Boy und Mac Pixel spielen. Das haben sich zwei Leute ausgesucht und ich will ja mal nicht so sein und spiele das dann auch. The Forest! Jawoll! Dann wollen wir da auch mal rein. Ich habe damals vor was weiß ich wie vielen Jahren, ich glaube vor zwei Jahren, habe ich das Spiel mal gespielt. Wie läuft man denn hier? Aha, okay, mit den Pfeiltassen. Ah, okay, okay, jetzt verstehe ich. Wie gesagt, das ist schon sehr lange her, dass ich das gespielt habe. Ähm, aber... Joa... Wo kehrs? Ich weiß nichts mehr, also ist das für mich sozusagen ein Neuanfang. Ich weiß jetzt gerade erstmal wieder wie man läuft. Ah! Pisse! Nein! Da! Also ich bin in solchen Spielen sehr, sehr schlecht. Da, wie ihr vielleicht merken könnt. Äh... Da! Los! Verdammt die Scheiße! Wie soll das denn gehen hier? Mann! Der kommt da nicht... Na... Na... Da... Ich gebe hier so... Ah! Verdammte Scheiße! Okay, äh... Wie soll man da rüberkommen zum Fick? Ah, Mann! Für Controller wäre das glaube ich einfacher. Nein! Ja, ja, nein! Nein! Okay, also ihr seht schon, dass ich eine sehr krasse Niete da drin bin. Oh! Fuck you! Ah! Okay, also so funktioniert es nicht. Ähm... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie da oben ran muss. Bloß habe ich keinen Plan, wie ich das schaffen soll. Nein! Nein! Oh! Oh! Das war doch... Das war knapp! Ha! Da kann man gar nicht rankommen. Ah! Ah! Verdammte! Sag mal, wie soll das gehen, Tiger? Ah! 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 Ich verstehe! Da kann man auch schnell rennen! Ah! Das war jetzt Fail! Hm! Richtiges Fap-Geräusch hier! Brrrr! So, jetzt müssen wir hier... Der Fug is dead! Ah! Wow! Ach! Sind das nicht diese Versteck-Neville? Super Meat Boy! In... Retro-Look! Ach du liebe Güte! Okay! Das war ja jetzt... No! Dann würde ich sagen, das ist nicht schwer! Und ich verreck auf den Scheiß, wenn ich dann... Ah! Nein! Nein! Ah! Ich hab vergessen, dass man da unten links hin kann und dass man dann rennen kann! Ha! Bitch! Jetzt müssen wir... Ah! Junge! Was leckt das so? Okay! Das ist beabsichtigt, oder? Okay! Irgendwie... Doch! Nicht! Nicht! Nein! 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 Gefahne! Ahö! Ah! Was mache ich denn so? Ah... Oh! Ah! Oh! Ah! kann man da ach okay ich verstehe da kann man durch hüpfen nein okay das war es mit den zusatzleveln wo waren wir jetzt waren wir bei fünf ja wir waren bei fünf ja und überall blut verteilen ist das herrlich okay hier wird es jetzt schon ein kleines bisschen knapp war das knapp scheiße ja okay das haben wir zu zweit nein du Hurensohn so geht das so klärt man Bitches Ah die verschwinden ja okay aber das war jetzt nicht das Problem okay da muss man dann durch ahja sehr logisch Feuer voll voll Bitch Bitch Uh war das knapp oh ja wie soll ich das denn jetzt bitte ja okay dann halt nischt hey Süße lass uns Liebe machen hm das erinnert mich so an diesen an dieses Video da von diesem äh wie hieß der noch Davian Davian dieser von 1Live da dieser Seelsorge Kerl wo dann einfach mal jemand angerufen hat und einfach mal darüber erzählt hat wie er sich 20 Tonnen Hack bestellt hat und damit dann Liebe gemacht hat ich meine wie kann man mit Hack mit Fleisch Liebe machen das ist doch übelst creepy na ja okay ich meine ich mache es auch in meiner Freizeit so ist es nicht aber das muss man doch nicht jetzt hier so raus posauen ne oh fuck da fällt man gar nicht durch Domian heißt der genau ich devian Domian biuuuu ach der klaupt die immer waa miep miep hallo Bunny ja äh natürlich soll man auch darauf landen what the hell what the hell ja äh okay nein 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 haaa das ist immer so wenn du kurz vorm Ziel bist dann verreckt man genau in dem Moment ja genau in dem Moment bing 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 geht doch zeit alter wie moneyboy jetzt sagen würde kennt ihr das wenn ihr Headset auf habt und euer Ohr innen drinnen juckt ah ich werd kirre ich werd grad leicht kirre ja wie viele denn noch neiiiin ja und dann fängt man genau wieder von vorne an ja tschü grad hatte ich meinen Lauf ne und jetzt ist er vorbei ich muss mal eben mein Ohr mhm ah tut das äh na okay ich will nicht davon darüber reden was da gerade bei rausgekommen ist jedenfalls tat es gut es tat sogar sehr gut und jetzt fängt mein anderes Ohr auch noch an ey ich raste aus so viel Tod in diesem Spiel das ist ja noch schlimmer als äh irgendein Ego-Shooter hä ich bin doch gesprungen du Bastard oh schon wieder hier das ist nee Mann nö ja hier Junge oooohh oooohh kill me kill me okay ich bin einfach leise so geht das ah was wow das war übelst knapp achso da ist so ein Ruhe rauch ah nein 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 hier schon wieder ich hab auf meine scheiß verfickte leertaste gedrückt ne da man das level fack mich noch mehr ab als das von vorhin da wo ich mit Schiff trennen musste ja okay genau dann geh einfach mal ganz ab da dass ich gar nichts mehr davon habe oooohh okay das war das war jetzt meine dummheit spring spring geht doch nein ich bin am überlegen ob ich das saturday night gaming ja auch live machen soll aber ich bin nicht immer samstagabend da deswegen weiß ich nicht ob ich das machen soll jawoll yes lese lager dum 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 oh mein god was passiert da jetzt oh holy shit oh fuck scheiße einfach rennen ja was soll was soll diese scheiße denn hier nein 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 okay ab hier okay man sollte auch springen springen wie schnell ich hier gerade bin ey hyper hyper nein oh man ich verreste da mal rein nein nein ja schön dagegen geklatscht oh ja das uns liebe machen mhm oh kinder hi chefkoch ihr hohren sohns nein gut nein man er springt so wie ein trottel mir fällt gerade ein ich glaube ich bin noch nie weiter gekommen als hier bin mir nicht sicher aber ich habe es irgendwie im Gefühl denn ich kann mich nicht daran erinnern ich kann mich nicht daran erinnern dass ich je diesem vieh entkommen bin oder zerstört habe ich denke mal dass wir den einfach dem einfach entkommen müssen und dass er sich dann irgendwie selbst killt weil ich wüsste nicht wie so ein weil ich wüsste nicht wie so ein verfickter kleiner Fleischkloß so ein riesenvieh zerstören könnte nein nein ah mein mein Eier jucken oh man das ist das ist fies man wenn man aufnimmt ne und die Eier jucken und man verreckt dann muss man sich da ja auch irgendwie rechtfertigen aber ich glaube da sowieso 90% meiner Zuschauer irgendwie Männer sind äh denke ich mal dass ihr das auch kennt nein da nein 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 jetzt bin ich da durchgekommen und jetzt hat mich diese verfickte drehende Säge mich gefickt alter ich bin schon voll hypnotisiert alter immer derselbe anfang dieselbe g folge spring folge tasten drückt folge 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 nein nein man ihr merkt schon dass mich dieses spiel sehr strapaziert eigentlich hasse ich auch solche spiele aber ich hab's nein boah weil solche spiele die machen mich oah ich raste aus ich schlag gleich alles zusammen weil solche spiele wo man immer stirbt das kann ich nicht ab also anders als bei Ego-Shootern und so aber wenn es hier immer dasselbe ist ok ist es bei Ego-Shootern auch da ihr wisst was ich meine durchgehend dieselbe Umgebung derselbe Hass dieselbe Trauer oah 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 was springt der denn nicht ne oah 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 Jetzt geht das schon wieder los, dass ich in die hier vorne reinrenne. Mann, ich check das nicht! Ich muss mir da irgendwas anderes einfallen lassen, weil so wie ich das mache, scheint es ja nicht wirklich zu funktionieren. Und wenn man bedenkt, dass das noch der Anfang ist. Nein! So, und ja. Nein! Ihr beömmelt euch eh, dass ich hier so richtig austicke. Aber das kennt ihr schon von Payday. Nein! Oh, ich renne auch noch in... ...die Säge rein. Jetzt habe ich vergessen zu springen. Buddy! Buddy! Ich kriege bald einen Kollaps! Was? Ja! Bitch! Ja! Ha! Alter! Ja, warum nicht, ne? Klar, logisch. Oh. Alter. Oh, Junge, wie fies. Oh. Scheiße, ey. Ja, guck mal, ich war noch nie weiter. Ja, so, jetzt geht's gleich weiter mit Magpixel. This is your first time playing this game. If you have any trouble, get help from Pawsmenu. Okay. Okay. Ah, ist das laut. Äh. Unterfug. Äh, okay. Ja, logisch, klar. Story Mode. Ja, dreht ihn zusammen. Chapter 1. Ne, lol. Muss ich das verstehen. Chapter 1, Round 3. Blow your mind. Magpixel, save today. Coffee, ja, äh. Was? Okay. Magpixel. Ja, toll, äh, gut, okay. So kommt man wohl auch voran. Na gut. Äh. Äh. Muss ich dieses Spiel irgendwie verstehen? Gas. Jetzt explodiert das bestimmt auch, oder? Nicht? Wow. Ich hab gedacht, das explodiert jetzt auch. Oh, eine Spinne. Da oben rein. Ah. Puh, ha, ha, ha. Der Fug ist bad. Äh. Wieder richtig. Okay, wenn's... Äh, äh, ähm. Prost. Treten. Ja, toll. Aha, man muss überall Silber kriegen, wa? Okay, ähm. Ha. Und jetzt explodiert's bestimmt auch. Nicht? Es war sogar richtig, ja, siehste wohl. Äh, hau mal den. Nein! Scheiße. Hä? Fischis. Ja, toll. Kann man hier irgendwie rausklettern. Okay, das scheint richtig zu... Nein! Oder auch nicht, ja. Hä? Dieses Spiel, das verwirrt mich. Ich, ich versteh den Hintergrund nicht. Ah, Moment. Nein! Okay, das war... Ja, klar, explodiert das Schiff, wenn das Fenster offen ist. Natürlich. Und das U-Boot. So, irgendwas mit seiner Mütze. Ah, man muss... ...nur mit dem reden. Ha! Ah, jawoll! Ja! Es explodiert nicht. Wuhu! Oh, sogar Gold! Siehste wohl. Ja, und da check ich immer noch nicht, was der will. Äh... Ach, ne, scheiße, das war ja falsch. Das war ja nur die Öffnung. Scheiße! Aber hierfür habe ich jetzt die Lösung. Haha, pass mal auf. So, wir gehen jetzt erstmal zu der Rakete hin. Und packen die dann einfach raus da. Und wieder zu! Ah, okay. So geht's auch. Yes! Ha, voll, das Knüffelspiel. Äh... Und das heißt, was... Ah! Jawoll! Natürlich! Hahaha! Yes! The day is saved! Jo, dann gehen wir mal hier rein. Was zum... Okay. Boomer-Bummer! Save the day! Party! Party! Cheer! Ja! Nein! Mir ist gerade was runtergefallen. Wir packen die mal in Müll! Ey! Ich finde das so sinnlos, weil das das immer explodiert hat. Pool! Pool! Ähm... Party mit dem Alten! Ja, explodier! Scheiße! Was da... Äh? Darf man sich da keine Zeit lassen, ey? Ah! Okay, jetzt irgendwas mit dem Flugzeug. Äh... Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Äh... Das ist ein Ufo! Das ist ein Ufos! Haha! Irgendwas muss man doch bestimmt mit dem Apfel machen. Willst du einen Apfel? Haha! Nein! Ah! Ach, wir haben doch losgegeben. Hallo! Du sollst das essen! Ähm... Ja! Okay! Das scheint wohl richtig gewesen zu sein. Haha! Das logik! Ähm... N ninja... N ninja... N الأ... N dzisiaj... N sincer... N ISM! Naa... ới, wenn du so und mentalی Ethereum k fått sein... Ja! Ah... Was ist das? Yeah. Nein! 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 Warum sollen wir überhaupt eine Atombombe rauswerfen? Das verstehe ich am wenigsten. Klar. Natürlich. Na, wenn wir mit dem Tanzen. Ah, warum hat der Sprengstoff in seinen Haaren? Hä? Hä? Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel ist mir irgendwie zu doof. Ähm. Ich weiß nicht, wieso, aber... Entweder ist mir das zu hoch, oder... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Auch Ufos. Doch! So, einmal probiere ich... Nooo. Okay, ich verstehe es nicht, tut mir leid, aber nein, ich will das jetzt nicht mehr. Ähm, ja, für die nächste Woche, ähm, ich werde euch in den, in den Beschreibungen laden, in die Beschreibung, ähm, eine Seite schicken, also die Steam-Seite von meinem Account, dort findet ihr alle Spiele, die ich habe und dort könnt ihr auch auswählen, was ich nächstes Mal spielen soll, schreibt's in die Kommentare, da würde sich der Adolf sehr drüber freuen. Und bis dahin ein schönes Wochenende! Jawohl!